Ihre Leistungsabrechnung im Überblick Sie haben medizinische Behandlungen oder andere Leistungen wie ärztliche Untersuchungen, Medikamente oder Laboranalysen in Anspruch genommen. Einen Teil dieser Kosten übernimmt Telsana, die übrigen tragen Sie selbst. Wir prüfen die Kosten, bearbeiten die Leistungen und stellen Ihnen schnellstmöglich Ihre Leistungsabrechnung zu. So erhalten Sie einfach und rasch einen Überblick über Ihre Kosten. Auf der ersten Seite der Abrechnung finden Sie eine Übersicht aller Leistungen und Kosten. Beträge zu Ihren Gunsten sind grün unterlegt. Beträge zu Ihren Lasten rot. Auf der Übersichtsseite finden Sie zudem Angaben zu Ihrer gewählten Franchise, wie viel davon Sie aktuell bereits bezahlt haben, sowie Informationen zum Selbstbehalt. Auf der nächsten Seite werden die Beträge aus der Übersichtsseite aufgeschlüsselt und detailliert erläutert. Haben Sie Fragen? Hier finden Sie die Kontaktdaten Ihres persönlichen Beratungsteams. Wir helfen Ihnen unter anderem telefonisch weiter von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr. Sie können uns aber auch ganz einfach eine Mitteilung senden via Kundenportal MyHelsana. Mit Angabe der Rechnungsnummer oder Ihrer versicherten Nummer weiß unser Beratungsteam sofort Bescheid, worum es geht und kann Ihnen schnell und kompetent Auskunft geben. Übrigens, mit unserer MyHelsana-App können Sie Ihre Rechnungen bequem mit dem Handy scannen und uns direkt übermitteln. Den Link zum herunterladen der App finden Sie hier.